Wenn du lange und gerade Schläger haben möchtest, dann wirst du nicht darüber hinaus kommen, dass du einen ordentlichen Griff hast. Er ist nämlich die einzige Verbindung zwischen Körper und Schläger. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du deinen Griff optimierst und auch ein tolles Gefühl damit entwickelst. Also bleib dran, wir starten jetzt! Hallo, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich, wo ich meine Kurse und Einzelstunden abhalte. Der Griff ist eine der absolut ersten Sachen, die man lernt, wenn man zum Golfspielen beginnt. Leider wird er von vielen, vielen Golfern falsch gemacht. Und das Problem dabei ist, dass sich dadurch eine nicht optimale Technik entwickelt, die da in weiterer Folge einen negativen Einfluss auf den Golfschlag hat. In dem heutigen Video möchte ich dir zuerst erklären, wie die linke Hand richtig auf den Griff positioniert gehört. Dann die rechte Hand und ich zeige dir auch noch tolle Drills und Sachen, wie du erkennst, ob du den Griff richtig machst. Fangen wir mit der linken Hand an für den Rechtshänder. Beim Linkshänder ist es natürlich dann die rechte Hand. Und zwar, du möchtest den Schläger so halten wie einen Regenschirm. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bild, das man allgemein haben kann. Der Schläger oder der Regenschirm zeigt vertikal hinunter, da ist mehr oder weniger ein 90-Grad-Winkel zum Unterarm. Und ich halte den Schläger mehr in meinen Fingern. Und das hat den Vorteil, dass ich hier wirklich wunderschön aus dem Handgelenk ganz locker, easy winkeln kann, ohne Anstrengung. Wichtig dabei ist es, dass du verstehst, da gibt es einen kleinen Fingerballen. Das ist dieses bisschen Stück Fleisch hier auf der Hand hier, das hier. Und das liegt auf dem Griff oben drauf. Okay, ich will nicht hier sein, ich bin oben drauf. Und die Finger, die letzten drei Finger der linken Hand, die drücken sozusagen in die Richtung gegen den kleinen Fingerball und stabilisieren so den Schläger. Das heißt, ich kann auch hergehen und jetzt versuchen, das zu verdrehen und es bleibt wirklich schön hier drinnen. Ich möchte nicht, dass das herumrutscht. Und das Problem, was viele Golfer haben, ist, dass sie hier einen Fehler machen. Und zwar, sie bewegen den Schläger zu weit in die Handfläche hinein. Das heißt, hier können sie dann nichts mehr machen, sind blockiert. Und dann fangen sie an, das Handgelenk zu verdrehen, häufig im Goldschwung. Und einer der Gründe, warum das passiert, ist deswegen, erstens, weil sie jetzt nicht wissen, dass der Schläger mehr Richtung Finger gehört. Und zweitens, weil sie versuchen, die Sohle beim Setup flach aufzulegen. Das schaut dann in der Praxis so aus. Sie stellen oft den Schläger so hin, dass er wirklich ganz flach am Boden ist. Und jetzt greifen sie. Und jetzt ist man mitten in der Handfläche drinnen. Warum ist das falsch? Es ist so, dass im Treffmoment, der zentrifugale Kräfte wirken, und der Schläger sich ja dynamisch durch die Kräfte sich in diese Position bewegt hier. Das heißt, die Spitze geht etwas runter. Siehst du, wie der Schaft sich verbiegt? Das heißt, wir wollen gar nicht die Sohle flach am Boden liegen haben. Wir wollen, dass die Spitze ein klein wenig in der Luft ist. Jetzt möchte ich dir noch einen guten Tipp geben, wie du das selber kontrollieren kannst, ob du den kleinen Fingerballen hier wirklich gut am Griff oben hast. Hast du nämlich zu weit in der Handfläche den Schläger, und du schaust jetzt hier, siehst du, hier ein Loch hier. Da kann man hier schauen und sagen, ah, da habe ich ein Loch. Das ist das, was du nicht willst. Du möchtest so sein, dass hier wirklich wunderschön abgeschlossen ist. Und das ist der beste Weg, es zu kontrollieren. Ein feines Detail bei der linken Hand, worauf du auch wirklich achten solltest, ist die Position des Daumens. Und zwar ist es häufig so, dass ich Golfer sehe, dass sie den Daumen hier so richtig so ein bisschen aufwölben, so aufstellen hier. Und das Problem ist, wenn das so ist, dann ist hier zu viel Luft hier und der Daumen gibt sehr viel Druck ab. Und dann hast du das Problem, dass du das sehr schwer tust beim Winkeln, weil das dagegen arbeitet. Hast du den Daumen zu viel gestreckt, also richtig überstreckt, dann ist das Problem das, dass du erstens einmal viel zu viel winkelst im Aufschwung. Und dann kriegst du hier eine stark geknickte Position und das macht die Schlagfläche auf. Das ist für viele Golfer nicht das Beste. Aber was dann wirklich das ganz, ganz Schlimme bei dem langen Daumen ist, dass du im Abschwung dann anfangs instabil zu werden, den keinen richtigen Grip hast und der Daumen fängt an hier zu reiben. Also das ist wirklich eine Position, die du nicht haben willst. Also optimal ist es, dass du ihn gut am Griff oben hast, einen guten Kontakt hast, aber hier eben, wie gesagt, nicht zu viel gebuckelt und nicht zu lang viel gestreckt hier. Dazu möchte ich dir eine kleine Übung zeigen, wie du das kontrollieren kannst, ob das auch wirklich so stimmt. Und zwar, du nimmst den Schläger dann in die Hand, sodass du sagst, das passt für dich und nimmst jetzt nur mal die linke Hand und fangst an zu schwingen. Und du achtest jetzt darauf, ob du spürst beim Aufschwung, dass der Daumen unterhalb des Griffes ist, ob du da spürst, wie das Gewicht da drauf ist. Das möchtest du übrigens auch auf der anderen Seite haben. Das heißt, du schwingst hin und her und spürst, ob der Daumen einen Druck vom Schläger bekommt. Häufig machen ja Golfer den Fehler, dass sie den Daumen hier zu weit nach rechts geben, dass da wirklich fast kein Grip mehr da ist. Und wenn sie dann schwingen, dann fängt er an ein bisschen zu rutschen und ist instabil. Also du wirst schon schauen, dass der Daumen da schön drunter ist und dieses ganze System perfekt unterstützt. So, jetzt haben wir die linke Hand ganz gut draufgebracht und jetzt kommen wir zur rechten Hand. Und da kann man auch einiges falsch machen und ich zeige dir jetzt, wie du das am besten machst. Bei der rechten Hand ist es wichtig, dass du verstehst, dass der Daumen hier in die Lebenslinie rein gehört. Hier siehst du die Lebenslinie und hier gehört der Daumen rein. Das ist das, was wir wollen. Ich gehe hierher, habe meinen Griff links und jetzt gehe ich hier seitlich rein in die Lebenslinie rein und verbinde das hier. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt ist wichtig, du möchtest den Schläger wirklich hauptsächlich mit diesen zwei Fingern halten. Das ist, wie du den Schläger rechts angreifst. Du möchtest nicht mit der ganzen Hand umschlingen, so ungefähr. Die beiden Finger, Daumen, Zeigefinger halten in Wahrheit den Griff nicht. Das sind diese zwei Finger hier mit dieser Verbindung hier. Die ist übrigens wirklich eng hier. Und hier ist auch ein Druck drauf. Du versuchst auch das hier zusammenzuhalten, dass es nicht weggeht. Und jetzt siehst du, es entsteht hier so eine Art Pistole. Und was du jetzt als nächstes machst, ist, dass du den Zeigefinger hier drunter legst. Und es ist ein Spalt zwischen deinem Zeigefinger und deinem Mittelfinger. Das heißt, du bist nicht hier dran, sondern es ist ein kleiner Spalt. Und den Daumen legst du dann hier auf die andere Seite drüber. Das fühlt sich dann sehr kompakt an. Da haben jetzt viele Golfer das Problem, dass sie das irgendwie nicht hinbekommen und nicht spüren. Und da zeige ich dir jetzt einen sehr tollen Trick mit einer Münze. Und zwar, du nimmst eine ganz normale kleine Münze. Du nimmst den Schläger jetzt in die Hand und steckst die Münze mal hier, genau hierher, zwischen deinen Daumen und deinen Zeigefinger. Und mach den Griff jetzt hier noch einmal. Und versuche, dass ich jetzt eine Position finde, dass die Münze bleibt. Mach so ein paar kleine Schwünge und schaue, ob sie auch hier drinnen bleibt. Das ist auf alle Fälle mal eine sehr, sehr gute Position, wie du mal mit der rechten Hand starten kannst. So, jetzt sind wir ja schon weit gekommen mit dem Griff. Wir haben die rechte Hand wirklich schön drauf. Aber jetzt musst du eins verstehen. Wir haben einen sehr, sehr wichtigen Druckpunkt im rechten Griff. Und das ist dieser Bereich hier, der Zeigefingerballen heißt das. Und hier möchtest du spüren, wie der Druck gegen den Schläger geht. Das heißt, ich drücke nicht hinunter, weil wenn ich das nämlich mache, schaut, da geht der Schläger nämlich zu. Ich möchte hier seitlich drücken. Und wenn dir das klar ist, dass das so sein soll, dann bekommst du auch ein Gefühl, wie du dann durch den Ball durchschlagen willst. Das heißt, das geht da nicht herunter und auch nicht darauf, sondern es ist wirklich hier seitlich. Und da kannst du dann gleich eine ganz tolle Übung dazu machen. Und jetzt kannst du auch quasi auch den ganzen Griff dabei checken. Also ich nehme den Schläger gut links in die Hand, rechts habe ich ihn gut in der Hand. Ich spüre den Druckpunkt. Und jetzt schwinge ich einmal und spüre, wie der Druck da auf dem Schläger hier drauf liegt. Hier habe ich eine richtig gute Verbindung hier. Und jetzt schwinge ich ein paar Mal hin und her. Einfach hier so und so. Und jetzt möchte ich, dass sich wirklich nichts bewegt. Wir kommen jetzt zur Bonus-Sektion. Und da habe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp für dich. Wenn dir dieses Video bisher gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du es einem Like gibst. Und mir dabei hilfst, den Kanal wachsen zu lassen. So, kommen wir zur Bonus-Sektion. Hier möchte ich mit dir darüber sprechen, wie die beiden Hände sich verbinden. Da gibt es ja die drei Arten, die bekannten. Der Zehnfingergriff, dann der sogenannte Interlockgriff, wo man hier dann die Finger überkreuzt. Und dieser sogenannte Overlapgriff, wo man hier rüber geht. Ich bin kein Fan vom Zehnfingergriff, sage ich gleich. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, vielleicht Kinder, Damen mit kleinen Händen, ja meinetwegen. Aber ich habe keine guten Erfahrungen damit. Ich bin ein Riesenfan des Overlap-Grips und ich bin auch okay mit dem Interlockgriff. Aber du kannst ein paar Sachen hier wirklich beachten, die wichtig sind. Und zwar, wenn wir jetzt reden vom Overlap-Grip, kannst du es auf zwei Arten machen. Du kannst den kleinen Finger so drauf geben, dass er wirklich hier zwischen zweiten und dritten Finger der Hand ist. Wirklich hierher. Ja, dann ist das eine sehr gute Stellung. So greife ich und so greifen viele, viele gute Spieler. Jedoch kann es sein, dass das für manche Golfer unangenehm ist und es ein bisschen reibt. Da könntest du jetzt hergehen und einen Short-Overlap-Grip machen. Das heißt, ein bisschen einen kürzeren. Das heißt, dass du das jetzt hier oben drauf legst auf den Zeigefinger. Das heißt, nicht dazwischen, sondern oben drauf. Das gefällt auch manchen Leuten sehr, sehr gut. Das ist die zweite Option von Overlap-Grip. Es gibt eine dritte Variante. Das ist ein Double-Overlap-Grip, wo du die letzten zwei Finger verwendest. Das könnte sein, dass wenn du jemand bist, der wirklich mit dem Schließen der Schlagfläche kämpft im Schwung, könnte das auch eine sehr witzige Variante sein. Klassisch ist natürlich dieser hier. Aber wie gesagt, ich wollte dir das auch noch erzählen, dass es das gibt. Aber der Interlock-Grip ist ja auch sehr beliebt. Und ich bin deswegen kein Fan vom Interlock-Grip persönlich, weil er meistens falsch gemacht wird von den Golfern. Und zwar, es ist so, wenn du das jetzt zum Beispiel machst und du gehst jetzt ganz zusammen hier, also du gehst hierher, dann passiert Folgendes. Nämlich, dass der Griff nämlich sich verändert und die Hand auf einmal beginnt, rechts unter den Griff zu rutschen. Und jetzt wird es dann stabilisiert mit dem Daumen rechts hier und dann hast du solche Griffe, die dann halt irgendwie so ausschauen. Und du hast dann wirklich einen nicht funktionellen Griff. Das Zweite, was ich häufig sehe, aber dann auch beim Interlock-Grip, ist, dass man eben zu wenig interlockt. Und das schaut dann irgendwie so aus. Und dann entsteht hier so ein richtiges Luftloch und man hat diesen Daumen eben wieder so komisch oben hier. Das mag ich auch nicht. Das heißt, wenn du das machst, den Interlock-Grip, wäre man sehr recht, wenn du mal vielleicht mit dem Zehnfinger-Griff beginnst. Und jetzt interlockst und schaust, dass du die Finger hier quasi nicht veränderst und die Handstruktur nicht veränderst. Das heißt, ich bin jetzt hier und hier. Es ist ja komplett egal, ob ich oberleppe auf verschiedenen Arten und Weisen hier oder interlocke. Die Struktur der Hand bleibt immer gleich. Und bitte, wenn du den Interlock-Griff machst, dann mach das bitte so. Also greif nicht ganz hinein. Wenn du den Griff jetzt in einer guten Position hast, dann wäre es jetzt an der Zeit, dass du verstehst, wie die Handgelenke im Golfschwung funktionieren. Hier findest du ein hervorragendes Video, das dir sehr helfen wird, das im Golfschwung zu bewerkstelligen für bessere und konstantrechtschläge.